Wer bin ich? Wer kann ich sein? Und wie werde ich wahrgenommen? Ein Strom aus Daten überflutet das Web und ich mittendrin. Im Netz erschaffe ich mir meine Identität. StudiVZ, YouTube, MySpace. Hier entscheide ich, wer ich sein will. Gesurft bin mit der Welle oder gegen den Strom. Ich zeige alles und werde für dich greifbar. Bilder, Texte, Filme. Jeder Eintrag ist ein Teil meines Puzzles. Oder ich zeige nichts und bleibe unerreichbar. Ich bilde mir meine Meinung oder schweige. Teile mein Wissen oder behalte es für mich. Vernetze mich. Spüre den Flow. Versinke. Es liegt in meiner Hand. Ich zeige, wer ich sein will. Was ist? Was ist zu? Untertitelung des ZDF, 2020